Ich liebe euch dafür und Dankeschön! Dank euch wird der Falke ewig fliegen! Hier in dieser herrlichen Anlage sind ja viele Wälder, viele Sümpfe, viele Moore. Aber wir machen das wirklich nur, wenn ich jetzt wirklich alle 80.000 da im Donauberg spüren darf. Aber was macht ihr so gedeppert? Das ist kein Cover neue Kinder, das war zwei Tage vorher. Unglaublich, die Lachen. Das ist auch noch nicht passiert, aber bitte! Das ist unglaublich! Was ist, Freunde, hier im Donauberg? Holen wir sie gemeinsam aus dem Wald? Ja! Holen wir sie gemeinsam aus dem Wald? Ja! Dann bitte ich um jenes! Ich liebe euch! Das ist ein Video! Wir wollen wir – Ich liebe euch! Wir wollen uns. Also, wir wollen euch in der Welt. Wir wollen euch in der Welt." Wir wollen uns. Wir wollen uns. Leute, glaubts man das? Ungraubliche Kulisse, doch. Jimmy, komm, komm. Stell auf, bitte. Du bist ganz nass. Wir müssen weg, raus aus der Welt, verstehst du nicht? Wo ist dein Scham, dass du verloren hast? Dass ich dir nicht zeigen musste, er hat verloren. Für dich, für dich nicht. Oder? Oder wie uns? Jimmy, quit living my home dreams. Jimmy, life is not what it seems. Such a lovely little girl in a cold, cold world. No, someone's less who needs you. Jimmy, quit living my home dreams. Jimmy, life is not what it seems. You're lost in the national mind, the sky is not what it seems. And I'm like, You're someone who's gone, that's what's going to be with you. Hey, hey. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Es ist kalt, und ist weg im Kopf. Dein Stift ist vor mir schief. Du hast ihm gekauft, und ich muss gesehen. Zu viel Rot auf deiner Rüb. Und du hast gesagt, lach ich nicht daran. Aber du weißt durchschau'n. Aber du weißt nur mehr als Mord. Du brauchst mich doch auch. Alle wissen, dass wir uns damit unterbreiten. Es trifft nichts. Sie kommen dich zu holen. Sie werden dich nichts finden. Niemand wird dich finden. Du bist mein NIEger! Jimmy, quit living our dreams. Jimmy, life is not what it seems. Und du weißt. Nichts. ансius So needs you, hey, hey. In den letzten Monaten ist die Zahl der vermissten Personen dramatisch angestiegen. Die jüngste Veröffentlichung der lokalen Polizeibehörde berichtet von einem weiteren tragischen Fall. Es handelt sich um ein 19-jähriges Mädchen, das zuletzt vor 14 Tagen gesehen wurde. Die Polizei schließt die Möglichkeit nicht raus, dass es sich hier um ein Verbrechen handelt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Danke schön!